Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich einen FI-Schalter anschließen und so man natürlich auch einen RCD-Fehlerstromschutzschalter richtig verdrahten kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall habe ich hier meine Unterverteilung mit einem angeschlossenen Klemmblock. Das Ganze habe ich einem extra Video auch schon ausführlich gezeigt. Und jetzt möchte ich vor den LS-Schalter auch noch so einen Fehlerstromschutzschalter einmal anbringen. Bevor wir natürlich irgendwie beginnen, unbedingt die 5 Sicherheitsregeln für Strom beachten. Und wenn das Ganze dann sicher spannungsfrei ist, dann können wir auch schon mal unseren FI-Schalter richtig auf der Hutschiene anbringen. Hierfür einfach oben erst einmal in die Hutschiene einhaken und dann mit etwas Druck unten dagegen geben. Zum Vertrahten verwendet man in den meisten Fällen so eine flexible Leitung mit einem Querschnitt von 10 mm² und auf diese muss man aber unbedingt solche Ahnen-Hülsen anbringen. Die gibt es natürlich auch in den verschiedensten Varianten und man sollte auf jeden Fall die 18 mm Länge für so einen Klemmblock hier oben verwenden. Dann wird auch wirklich beide Schrauben die Ader-Hülse richtig packen und für unseren FI-Schalter da reicht aber die kürzere Variante mit 12 mm aus. Falls man übrigens weiß, dass man zum Beispiel mehrere FI-Schalter untereinander setzen möchte und dann hier oben später auch gleich noch eine weitere Leitung zu dem nächsten FI-Schalter legen möchte, dann kann man auch solche Twin-Ader-Hülsen verwenden, wo einfach zwei solche Leiter ganz einfach hineinpassen. Unser Fehlersturm-Schutzschalter hat hier oben insgesamt vier Anschlüsse und auf diese müssen wir von unserem Klemmblock einmal hier runterkommen. Bedeutet einfach unser meistbrauner Außenleiter L1, der geht auch auf den ersten Anschluss hier drauf, der schwarze L2 geht auf den zweiten, der dritte L3, der graue geht auf den dritten Anschluss und zum Schluss haben wir natürlich auch noch unseren blauen Neutralleiter, den müssen wir auf den Anschluss, welcher mit N gekennzeichnet ist, geben. Für den Klemmblock isoliere ich mir meinen Leiter also mal auf 18 mm ab, ziehe den gelösten Mantel ganz einfach ab, gebe meine Ader-Hülse mit einer Länge von 18 mm mal ganz hinauf und mit der einen Hand halte ich meine Ader-Hülse auf, den Leiter mal noch richtig drauf und kann jetzt auch mit einer passenden Grimmzange und natürlich auch der passenden Größe schon hier vorne einmal grimpen und wir können sehen, bei dieser Länge, da müssen wir hier vorne unbedingt noch einmal grimpen und dann passt der erste Anschluss auch schon. Diesen kann ich dann auch schon am besten von unten einmal in meinen Klemmblock hineingeben, mit der einen Hand schaue ich wieder, dass ich natürlich ordentlich nach oben drücke, dass er nicht irgendwie rausfallen kann und danach können wir auch schon unsere beiden Schrauben hier oben einmal ordentlich festdrehen. Bei meiner Klemme hier, da habe ich jetzt zwei verschiedene Anschlussmöglichkeiten, zum einen habe ich mal hier einen großen Anschluss und hier drüben einen kleinen. Der kleine wird normalerweise mit 2 Nm festgezogen und der große mit 2,5. Ich könnte das Ganze übrigens auch hier oben noch anschließen, aber in meinem Fall macht es natürlich hier unten deutlich mehr Sinn. Als nächstes kann ich meinen Leiter auch schon mal mit so einer Schlaufe hier an die gewünschte Position halten, der wird ja hier hinten angeschlossen, weswegen ich jetzt auch mal mit einem Seitenschneider noch das Ganze ungefähr bei meiner Schraube hier unten einkürze. Falls ich natürlich etwas weiter gehen muss, dann könnte ich jetzt auch den Leiter hier hinter der Hutscheine einmal weiter nach unten fahren. Bei diesem Anschluss isolieren wir jetzt wie gesagt nur auf 12 mm ab und können auch hier unsere Adernthülse einmal wieder mit der richtigen Größe richtig aufgrimpen. Von den zwei Anschlüssen hier oben benötigen wir auf jeden Fall den vorderen und falls deine Adernthülse nicht sofort reinpasst, dann einfach mal noch die Schraube hier vorne etwas gegen den Uhrzeigersinn lösen, dann sollte das Ganze auch schon reingehen. Wir drücken es einmal von oben ganz hinein und können dann auch wieder mit Gefühl unsere Schraube bzw. unsere Klemme hier im Uhrzeigersinn festdrehen. Dasselbe Spiel machen wir mit unseren drei anderen Anschlüssen jetzt natürlich auch und mir persönlich ist immer dabei wichtig, dass es auf jeden Fall am Ende auch noch was ausschaut. Bedeutet, hier sollte es auch nach unten gehen, von der Höhe her in etwa wie unsere andere Leitung sein und auch hier oben möchten wir natürlich am Ende in etwa den selben Biegeradius hier haben. Unsere Anschlüsse vom FI-Schalter hier oben passen auf jeden Fall. Die Zuleitung lässt sich auch nicht rausziehen, so wie es natürlich sein soll und jetzt müssen wir aber auch noch unsere Anschlüsse hier unten mal auf die einzelnen LS-Schalter rüber bekommen. Früher wurde das mit einzelnen Leitern, zum Beispiel mit einem Querschnitt von 2,5 mm² immer weiter gebrückt, was natürlich ein ordentlicher Aufwand war und heutzutage gibt es aber solche Phasenschienen. Da haben wir zum Beispiel den Pin für L1, L2, L3 und damit die Last am Ende auch gleichmäßig auf die LS-Schalter verteilt wird, geht es dann hier hinten mit L2, L3, L1, L2, L3 und so weiter und so fort immer weiter. Der Endanschluss, der wird übrigens ausgelassen, da es natürlich sonst nicht funktionieren würde. Hierfür ist dieses Mal nicht der vordere, sondern der hintere, kleinere Anschluss notwendig. Bedeutet, ich kann das Ganze einfach mal hier hinten hineinsetzen, schaue, dass ich mit einer Hand natürlich auch wieder ordentlich nach oben halte bzw. drücke und dann kann ich meinen ersten Anschluss auch schon festmachen. Dass das Ganze natürlich am Ende nicht so quer runterhängt, werde ich jetzt erstmal hier hinten nochmal hochhalten und dann auch hier meinen Anschluss ordentlich festdrehen. Wenn es dann passt, können wir natürlich auch die anderen Klemmen alle mal richtig anziehen. Unsere Anschlüsse, außer natürlich End, sind alle festgezogen und damit wir jetzt auch hier hinten später einen ordentlichen Berührschutz haben und da nicht aus Versehen hinladen können, gibt es auch noch solche speziellen gelben Kappen hier. Bedeutet, ich brauche einfach mal drei Stück, weswegen ich mir jetzt auch drei hier ganz einfach abklipse und die kann ich dann auch schon mit gutem Gewissen einmal hier oben drauf geben. Alle unsere Außenleiter am FI-Schalter sind somit auch schon richtig angeschlossen und jetzt haben wir aber hier noch unseren Neutralleiterausgang, wo wir einfach eine Brücke zu unserem entsprechenden Neutralleiter-Klemmblock machen müssen. Falls wir unten übrigens noch einen zweiten FI-Schalter haben, wo wir ja davor schon mit dieser Twin-Ader-Enthülse eine weitere Leitung hier runtergelegt haben, dann müssen wir jetzt den ersten FI-Schalter auf, unseren ersten Klemmblock hier oben drauf geben und den zweiten FI-Schalter, da muss dann der Neutralleiter auch auf einen anderen Klemmblock drauf. Die benötigte Leitung hierfür könnte ich jetzt entweder gleich hinter meinen Hutschienen einmal ganz nach oben durchfahren oder normalerweise gibt es bei solchen Verteilerschränken auch immer solche Leitungsführungen, die wir einfach mal hier außen noch hinein geben können. Danach kann ich meine Leitung nämlich auch schon ganz einfach und sauber hier außen hochführen. Hier oben kann das Ganze übrigens auch mit 12 mm abisoliert werden und natürlich mit der entsprechenden Arendhülse wieder dann angeschlossen werden und was natürlich auch noch wichtig zu sagen ist, dass hier bei unserem Klemmblock dann auch wirklich alle Neutralleiter von den entsprechenden Leitungen drauf kommen, die wir natürlich hinter dem FI-Schalter auf den LS-Schalter drauf klemmen werden. Welche der drei Anschlüsse ich verwende, ist übrigens vollkommen egal, da diese ja wieder miteinander verbunden sind und danach muss ich einfach mal meine Arendhülse in die entsprechende Klemme hineingeben und kann diese auch schon hier vorne mit der Schraube wieder festdrehen. Unten kürze ich jetzt wieder auf meine gewünschte Länge ab. Mantel meine Leitung auf die 12 mm ab. Grimpe meine Arendhülse einmal wieder fest und kann meinen Leiter von unten in den vorderen Anschluss hineingeben und dann natürlich diesen auch wieder festdrehen. Und somit haben wir unseren FI-Schalter jetzt auch schon richtig verdrahtet. Wenn du dir für zu Hause jetzt eben so einen FI-Schalter in den verschiedensten Ausführungen, eine Grimmzange, eine Abisolierzange für große Querschnitte oder natürlich auch verschiedenste Ader-Endhülsen zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.